Eigentlich sollte George jetzt hier unten reingehen, aber ja, das ist ihm wahrscheinlich nicht genügend. So ein Kallax-Regal gibt es in unterschiedlichen Größen, Varianten, 4er, 6er, 1er, 2er, 5er, ich weiß es nicht. Und damit kann man eine ganze Menge anstellen und ich möchte heute mit euch ein Bett bauen. Wir bauen uns quasi das Bettgestell aus Kallax-Regal und schaffen quasi nochmal zusätzlich einen Stauraum und haben eine ganz bequeme Bettsitzhöhe. Ja, wie du das machen kannst, das erfährst du in diesem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Insgesamt brauchen wir vier einzelne Kallax-Regale und zwei Dreier. Bekommt ihr überall bei Ikea oder ihr könnt euch das auch online bestellen. Und dann brauchen wir nochmal ein paar Metallwinkel, insgesamt acht Stück mit dem Schenkel 50x50. Wir könnten natürlich auch größere Winkel nehmen, solche hier, aber davon brauchen wir auch nochmal acht Stück. Die brauchen wir nachher für den Aufsatzrahmen. Das allererste, was wir jetzt machen, ist, dass wir unser Fußboden schützen. Und zwar bekleben wir eine Seite von den Kallax-Regalen einfach mit solchen Klebepads. Das hat den Vorteil, dass wir A, den Fußboden schützen und B, dass das Bett nicht quietscht, wenn wir es hin und her schieben, beziehungsweise, dass das Ganze später komische Geräusche macht. Und dann bauen wir auch schon unser Bettgestell zusammen. Ihr seht, ich habe jetzt mich dafür entschieden, dass die Dreierregale in die Mitte kommen. Und das Ganze machen wir zweimal. Einmal links und einmal rechts. Natürlich gibt es da so ein bisschen, ja, die Genauigkeit bei Ikea lässt irgendwie ein bisschen zu wünschen übrig. Wir haben nachher große Spaltmaße. Wir klemmen das Ganze jetzt zusammen und schrauben das dann zusammen. Und da gehe ich ganz, ganz simpel vor. Wir machen das mit den Winkeln. Ihr müsst hierbei aber darauf achten, dass ihr 13er Schrauben nehmt. Und dann schrauben wir die Winkel, wie hier im Bild zu sehen ist, an Regalbretter ran. Und diese sollen nachher einen Rahmen ergeben für die Matratze. Dieser Rahmen hält dann quasi auch die Kallax-Regale fest. Zusätzlich könnt ihr natürlich auch nochmal in den Kallax-Regalen links und rechts eine Schraube reinschrauben. Diese Regale bekommt ihr im Baumarkt. Oder wenn ihr die passende nicht findet, könnt ihr auch bei Plattenzuschnitte24 euch das Ganze zuschneiden lassen. Gibt es auch in unterschiedlichen Dekoren. Und mit dem Code MrHandwerk5 sparst du nochmal 5%. Jetzt kümmern wir uns um unseren Lattenrost. Und da habe ich mir ganz normale Dachlatten genommen. Und die schraube ich auch nochmal auf die Kallax-Regale fest. Und dazwischen setze ich nochmal ein paar Klebepads. Dann richten wir unsere beiden Sackenteile etwas aus. Und ihr seht schon, hier ist riesengroßes Potenzial da, um seine Kreativität freien Lauf zu lassen. Wenn das Bett jetzt von allen Seiten zugänglich wäre, könnt ihr die natürlich auch nochmal vorne Kallax-Regale machen. Ihr könnt das ganze Bett höher machen. Ihr könnt daraus ein Hochbett machen. Also wie Lego quasi. Ich richte das Ganze jetzt aus und jetzt kommen die großen Winkel zum Einsatz. Denn wir müssen ja nochmal das Kopfteil und das Fußteil zusammenschrauben. Und da habe ich die Winkel verwendet. Und somit haben wir dann ein geschlossenes System. Und dann kommen wir auch schon zum Lattenrost. Deswegen auch die zwei Leisten links und rechts. Denn dort drauf kommen dann meine zugeschnittene Leisten. Ist natürlich so ein bisschen die Frage, kauft man sich ein fertiges Lattenrost, baut man sich das selber. Aber bei den Holzpreisen heutzutage lohnt es sich schon fast, das Lattenrost fertig zu kaufen. Aber wer natürlich eine Werkstatt hat, so wie ich, der kann das Ganze natürlich auch selber zuschneiden. Und ja, baut sich quasi das eigene Lattenrost. Also ganz stabil das ganze Ding. Jetzt kann die Matratze rein. Und ihr solltet natürlich darauf achten, dass das Brett nicht so hoch ist wie die Matratze. Denn sonst tust du dir weh beim Ein- und Aussteigen. Also mindestens 10 cm sollte die Matratze über die Bettumrandung rüberschauen. Dann habe ich noch mal ein paar Einsätze gekauft für die Kallaxregale, unter anderem ein Katzenhaus. Und unter anderem noch ein paar Türen, damit man den Inhalt des Kallaxregal nicht sieht. Und am Ende fallen die großen Spaltmaße auch fast gar nicht mehr auf. So, eine kurze Liegeprobe. Ja, ich bin zufrieden. Das Ganze ist wirklich sehr bequem. Ja, und wie schon gesagt, ihr könnt natürlich daraus auch ein Hochbett machen. Das Ganze größer bauen, ein Familienbett bauen, so wie ihr möchtet. George, komm runter. Komm. Ja, der Kater will spielen. Ich würde sagen, ich verabschiede mich von euch. Wenn euch das Video gefallen hat, unbedingt einen Handwerkerbaum noch oben da lassen. Und einen Kommentar, falls du es vorhast, so ein Bett nachzubauen. Ansonsten findest du hier mein letztes Video und hier ein Video, was eventuell für dich interessant sein könnte. Ja, ich würde sagen, bis demnächst. Ciao. George, komm raus. Komm. Komm runter. Komm runter. Oh, nee. Komm. Ich bleib hier.